Mein Sprechvers Zwei Eulen passt für große U3-Kinder und auch für Kita-Kinder, denn es gibt zwei Versionen. Erstmal die Gebärden. Eule, Baum, Wind, Haus, Mond, Maus, Wiese. Gut, es geht los. Zwei Eulen, zwei Eulen, Schuhu, Schuhu, die sitzen im Baum. Der Mond schaut zu. Sie drehen den Kopf, sie hören den Wind, sie rufen Schuhu und fliegen geschwind. Herum um den Baum, herum um das Haus und über die Wiese, da läuft eine Maus. Ob sie die Maus fangen und wie es weitergeht, erfährst du auf kitakiste.com, zwei Eulen, Schuhu. Oder du nutzt den Raum einfach so. Viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank.